Hallo, ihr habt gerade den Bau eures neuen Eigenheims abgeschlossen? Oder ihr seid es einfach leid, auf eine alte Hecke oder einen verfallenen Holzzaun zu schauen? Dann wird es Zeit für einen neuen, besseren und langlebigen Zaun, der euch vor allem jahrzehntelang Freude bereitet. Ihr wisst aber gar nicht, welcher Zaun wirklich zu euch passt? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Mit unserem umfassenden Produktportfolio in unseren unterschiedlichen Katalogen bekommt ihr die perfekte Übersicht für euren Traumzaun. Mit ein paar einfachen Fragen finden wir den perfekten Zaun für euch. Welchen Zweck soll euer Zaun erfüllen? Wünscht ihr eine stilvolle Abgrenzung zu Nachbarn oder Straße? Sucht ihr effektiven Sichtschutz, um eure Privatiere zu wahren? Vielleicht habt ihr einfach auf, mit Lärm zu kämpfen und wünscht euch mehr Ruhe? Oder ihr wünscht euch einfach nur Schutz für eure Kinder und Haustiere, damit diese beim Spielen nicht weglaufen können? Aber auch andersrum hält der Zaun andere Tiere von eurem Grundstück fern. Diese Überlegungen helfen euch, die richtige Höhe für euren Zaun zu finden. Für Sicht- und Lärmschutz empfehlen wir die Höhe von 1,80 Meter bis 2 Meter. Für eine einfache Abgrenzung reicht auch schon ein Zaun ab 1 Meter Höhe. Jetzt stellt sich die Frage nach eurem Gelände. Wie sieht euer Gelände aus? Ist euer Gelände uneben? Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Gefällesituation an. Beispielsweise mit unserem Modell Basel. Wir sehen es einmal hier bereits aufgebaut, aber auch hier nochmal als Handmuster. Wir können bis zu 45 Grad Gefälle ausgleichen. Und das zeige ich euch einmal hier. Die Möglichkeit besteht immer. Andere Möglichkeit ist das Abtreppen des Zaunes. Auch das bekommen wir hier hin. Aber welches Modell passt zu eurem Ziel und Bedarf? Unsere Standard-Doppelstabmatten bieten unterschiedliche Drahtstärken für jeden Sicherheitsanspruch an. Für Vorgärten haben wir schöne Doppelstabmatten mit einer eleganten Rauten-Ornamentik sowie vielen anderen unterschiedlichen Schmuckelementen. Doppelstab ist euch zu langweilig und ihr wollt was Besonderes? Dann schaut euch unsere Design- und Schmiedezäune mit eisernen Spitzen an. Und wenn es ganz besonders sein darf, dann empfehlen wir unsere Elemente aus unserem Aluminium-Steckzaun-System der Serie V-Dual. Hier sind der Vielfalt und der Individualität keine Grenzen gesetzt. Wie ihr seht, bekommt ihr hier alles für euren Zaun. Und hier ist nochmal die Checklist für euren perfekten Zaun. Wie lang ist meine gesamte Zaunanlage? Wie viele Ecken hat der Zaunverlauf? Welche Höhe soll mein Zaun haben? Gibt es Gefälle im Grundstück? Und wird die Zaunanlage einbetoniert oder aufgedübelt? Und egal für welchen Zaun ihr euch entscheidet, unsere bestens geschulten Verkaufsberater stehen euch deutschlandweit telefonisch oder vor Ort zur Verfügung, um mit euch den perfekten Zaun zu planen. Euer Traumzaun wartet schon auf euch! Und jetzt geht's!